Musik Vielen Dank nochmal für die Einladung. In den letzten Tagen bin ich nicht mal mehr dazu gekommen einzukaufen. Wozu wohnen wir unter einem Dach? Morgen. 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 Schlecht geschlafen? Zu wenig. So im Dienst ist man reiflich im Urlaub. Stimmt. So viele Unfälle wie in den letzten 24 Stunden haben wir schon lange nicht mehr rein. Zum Glück haben wir das ganze Wochenende vor uns. Da werden wir was unternehmen. Toll. Das klingt ja richtig begeistert. Was ist eigentlich aus deinem Praktikumsplatz geworden? Hast du da eventuell mal was in Aussicht? Ich arbeite dran. Ich hätte doch was für dich. Wie wäre es mit einem Praktikum bei uns im Labor? Kannst du natürlich auch in die Verwaltung gehen. Zu Sarah Marquardt? Ja doch praktisch. Nee, nee, Papa, lass mal. Ich hab keine Lust auch noch in euren Familienbetrieb einzusteigen. Und wir wären froh, wenn wir so einen Familienbetrieb hätten. Kann ich nochmal hilflich sein. Verdammt, Frederik. Hast du's nicht kapiert? Ich sag's dir nochmal. Verschwinde endlich. Verschwinde aus unserem Leben und zwar ganz. Marlene, jetzt hören wir doch zu. Wir... Hau ab! Vielleicht ist mein Plädoyer beim Landgericht hören sollen, mein Lieber. Das war eine Punktlandung. Am Ende haben Sie die Brücke geschluckt ohne Wenn und Aber. Ich erzähl's dir später ungefähr, ja? Es ist gleich kalt. Arida! gerade. Hey, wie ihr weint! Guten Morgen! Du bist schon da? Schön, dass du dich so freust. Na ja, warum hast du denn dich vorher einmal angerufen? Ich wollte Dich überraschen, was mir offensichtlich gelingen ist. Warst du gut? Es liegt wie an살 sense. Und du hast natürlich alle auf deine Seite gezogen. Ja. Möchtest du noch frühstücken? Ich hatte schon was im Zug und ich... Du musst sofort mit deiner Kanzlei telefonieren. Ist das Bad, Frau? Deine Tochter ist längst an der Schule vergessen. Ah, klar. Aber übrigens, ist dir schon mal dieser Sportwagen in unserer Nachbarschaft aufgefallen? Welchen Sportwagen meinst du? So ein schicker, alter Italienischer. Nein, nicht, dass ich wüsste. Also ich kann Jakob verstehen. An seiner Stelle hätte ich auch keine Lust, dass mir die Familie ständig auf die Finger guckt. Ich denke nur an seine Zukunft. Und witz dabei natürlich nur das Beste für mich. Wo sind sie denn, deine zahlreichen Alternativen? Ich hab doch schon was in Aussicht. Dann lass mal hören. Ja, ehrlich, erzähl mal. Mein Biolehrer, der hat mir neulich vorgeschlagen, mal bei einem Fussbetrieb nachzufragen. Und inzwischen weiß ich, wo ich mein Praktikum machen könnte. Was willst du denn da im Wald? Kontakte knüpfen mit den Eichhörnchen? Besser als mit Frau Eichhorn im Labor. Im Übrigen kann ich mir Jakob sehr gut bei einer Arbeit in der Natur vorstellen. Jakob, auf dem Hochsitz, da guckst du denn nicht den Hirschen hinterher, sondern deiner Zukunft, Junge. Genau, das ist meine Zukunft. Kapier das endlich. So, ich muss dann auch mal. Ich will dann doch mal fürs Frühstück. Du übertreibst völlig, weißt du das? Förster ist kein übler Beruf. Zum Beispiel wie Straßenfeger oder Imbissbudenbesitzer. Friseure. Das hast du jetzt gesagt. Und du denkst es. Tschüss. Du mich auch, mein Chefarzt. Schönen Tag noch. Was geht an? Sophie Kramm, 17 Jahre. Sie ist vorhin im Auto gelaufen. Verdacht auf Milztruptur. Offene Unterarmfraktur rechts. Schädelhirntrauma und Thoraxtrauma. Yvonne? Hm? OP vorbereiten und sag dem CT Bescheid. Wir kommen in 10 Minuten. Nicht für Blutkonserven? Rechts dürften reichen. Hat sie insgesamt noch mal Glück gehabt? Keine freie Flüssigkeit. Leber-OB, Nieren-OB. Milzt hat ein kleines Hämatom. Ca. 1x1 cm. Müssen wir beobachten. Warten wir das CT ab. Der A muss auf jeden Fall repariert werden. Achim? Geh noch mal ein bisschen runter. Siehst du, was ich sehe? Ja. Musst du nicht längst in der Kanzlei sein? Das klingt ja fast so, als würde ich dich stören. Weißt du, nachdem es so gut lief im Gericht, da dachte ich mir, nimm dir heute doch einfach mal ein wenig frei. So. Bitte? Den Tag kann man ja am Kalender rot anstreichen. Na komm schon. Lass uns dieses seltene Ereignis feiern. Ich wollte, ich kann so nicht arbeiten. Hör auf. Das sagt der Richtige. Ich kann den Stift nicht einfach so fallen, als nur, weil du dir einmal im Jahr spontan für einen halben Tag freinimmst. Stell dir vor, ich habe auch Termine. Ich gehe schon. Kram? Bitte, wer ist da? Einmal parat. Was gibt es? Sophie? Wie? Wir kommen sofort. Sophie hat einen Unfall. Sie ist in der Sachsenklinik und wird gerade operiert. Sagst du nicht, sie ist in der Schule? Ja. Lass uns fahren. Das ging mir leichter als gedacht. Aber bei der Fraktur bin ich unbedingt zu erwarten. Wie sieht es bei dir aus? Kreislaufmäßig alles stabil. Veratmungstechnisch ebenso. Nur sah ein CT ja auch ganz gut aus. Was ist das? Lässt du sie wach werden? Noch nicht. Wir legen sie erstmal auf die ETS und beobachten sie noch eine Weile. Sind Sie die Eltern von Sophie krank? Ja. Ich bin Dr. Globisch und das ist... Dr. Kreuzer, Ihre Tochter hatte Glück. Sie hat zwei gebrochene Rippen und eine Unterhandfaktur. Ich habe sie eben operiert. Hat man den Fahrer wenigstens dingfest gemacht? Nach Zeugenaussagen ist Ihre Tochter dem Fahrer unvermittelt übers Auto gelaufen. Das heißt, Sie... Ihre Tochter ist offenbar schwanger. Bitte? Können wir sie sehen? Ja. Aber nur kurz. Sie ist doch unter Narkose. Kommen Sie, ich bring sie hin. Oberschwester, das sind die Eltern von Sophie krank. Guten Tag. Sie wird doch wieder ganz gesund. Davon gehen wir aus. Wann können wir zu ihr? Morgen früh. Bitte. Wie konnte das nur passieren? Das muss ich dir wohl nicht erklären. Hast du etwas von einem Mann in Sophies Leben mitbekommen? Dieser Mann heißt Frederik. Frederik? Aha. Und weiter? Er ist Mitte 20 und arbeitet als Fotograf. Sie haben sich vor knapp drei Monaten auf einer Ausstellungserfahrung kennengelernt. Und du hast davon gewusst, ja? Wieso erfahre ich erst jetzt davon? Nee, du... Du weißt, ich bin ständig unterwegs. Ich kann nicht überall... Du kannst nicht. Oder willst du es nicht? Endlich Feierabend? Ich bin nie Feierabend. Die Fische Waldluft wird Jakob und sein Herz mir bestimmt gut tun. Also ehrlich gesagt, ich verstehe deine Aufregung nicht. Jakob muss gewisse Sachen doch erst mal ausprobieren. Dafür ist so ein Praktikum die allerbeste Gelegenheit. Und in so einem Praktikum Städter garantiert sich die richtigen, weichen Förster. Hallo Jakob. Hallo. Pünktlich wie die Maurer. Abendessen ist gleich fertig. Geht es schon wieder um mich? Ich hab nur gesagt, dass du dir nicht deine Zukunft verbauen solltest. Keine Sorgen, mach ich schon nicht. Die mittlere Reife nehme ich schon noch mit. Was? Ich hab mich wohl verhört. Lass ihn doch erst mal ausregen. Hast du dir das gut überlegt? Ich will das nicht mehr mit der Schule. Der ganze Stress. Du machst es ja sehr einfach. Kapierst du es immer noch nicht? Ich pack den Druck nicht mehr. Du kannst nicht jedes Mal vor dem kleinsten bisschen Druck davonrennen, auch wenn du ein schwaches Herz hast. Wieder super hingekriegt. Musst du immer gleich den Oberlehrer spielen? Der Junge muss seine Entscheidungen auch mal selber treffen. Soll ich mir sehen, ruhig mit ansehen. Roland, die Welt braucht nicht nur Akademiker. Genau. Als Pia mir neulich von den Plänen von Jakob erzählt hat, hat er... Neulich? Habe ich mich verhört? Ich wollte mit dir darüber sprechen, aber es ist ja offensichtlich zwecklos. Na prima. Wir können essen. Na komm, mein Chefarzt. Ich bin's ja gewohnt, hier mit meiner Meinung alleine da zu stehen. Aber seit die Familie unter einem Dach wohnt, habe ich eine ganze Streitmacht gegen mich. Du hättest mir wenigstens einen Hinweis geben können. Wozu das bei dir führt, haben wir ja heute alle mit ansehen dürfen. Wieso erfahre ich immer als letzter von Jakobs Plänen? Wieso flippst du immer gleich aus? Ist dir eigentlich aufgefallen, dass sich Jakob in letzter Zeit sehr intensiv mit Flora und Fauna beschäftigt hat? Das Ding muss er doch nicht gleich ins Unterholz ziehen. Dir entgehen als vielbeschäftigtem Chefarzt eben hier zu Hause oft entscheidende Details. Weil du sie mir bewusst vorenthältst. Ach, mir ist doch nicht zu reden. Genau, dann ignoriert mich doch alle. Jakob weiß noch nicht, was für ihn im Leben wirklich wichtig ist. Du machst genau denselben Fehler wie bei Alina. Lass Alina aus dem Spiel. Du versuchst, Jakob, in etwas hineinzupressen, was er gar nicht will. Glücklich ist ein Mensch genau dann, wenn er das Leben lebt, das zu ihm passt. Das hast du mal gesagt. Ja? Ja. Dann revidiere ich das hier mit. Gute Nacht. Wie fühlst du dich? Ich bin's okay. Ich hab zu welchen Durst. Das ist normal nach einer Operation. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Dr. Globisch. Wie geht es Ihnen? Was ist eigentlich passiert? Sie hatten einen Unfall. Du, bitte. Alles gut. Wir mussten dich operieren. Unfall? Ich erinnere mich noch an einen Streit mit meinem Freund. Ich war total durcheinander und wollte nach Hause und auf dem Heimweg ist mir dann plötzlich schwindlig geworden. Das ist nichts Ungewöhnliches in deinem Zustand. Ist mit dem Kind alles in Ordnung? Ich denke ja. Warst du schon beim Frauenarzt? Ich hab nur den Apothekentest gemacht. Wir werden dich unserer Gynäkologin vorstellen, wenn sie dich untersuchen. Gibt es Probleme? Reine Routine. Deine Blutwerte sind ein bisschen durcheinander. Aber das muss nichts bedeuten. Das ist mit meinen Eltern. Die sind schon auf dem Wiki hierher. Wie du dir vielleicht denken kannst, mussten wir sie über deinen Zustand informieren. Früher oder später hätte ich ja sowieso mit Ihnen drüber reden müssen. Sophie Kramm. Was haben Sie für einen Eindruck von der Patientin? Sie hat die Operation gut überstanden. Wir können sie in Kürze auf Station verlegen. Gibt es Anzeichen für ein erhöhtes Suizidrisiko? Nach Aussage von Dr. Globisch wirkt sie psychisch stabil. Gut. Ich bitte Sie, den Fall aufmerksam zu beobachten. Ja. Herr Professor, ich sollte Sie an Ihren Termin im Ministerium mit Herrn Walter inne. Ja, danke Barbara. Wir sind ohnehin fertig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Arbeitstag. Ihnen auch. Ich meine, Sie wirken ein wenig abwesend. Nur müde. Die Umstellung von Nacht auf Tag, Sie können das. Und Jakob. Ist irgendwas mit ihm? Gesundheitlich nicht, aber der Junge schlägt im Moment mal wieder alle meine guten Ratschläge in den Wind. Der weiß nicht, was er will. Ja, ein schwieriges Alter. Zu Hause mischt sich immer gleich die ganze Familie ein. Keine Chance. Ja. Ich brauchte mal Ruhe für ihn. Möchten Sie nicht mal das Wochenende in mein Ferienhaus? Haben Sie Ruhe. Das Angebot würde ich gleich annehmen. Bitte. Wir sind einfach nur froh, dass bei dem Unfall nichts Ernsthaftes passiert ist. Die Lage ist ja wohl ernst genug. Du weißt doch, wie man sowas verhindert. Solche Dinge passieren eben. Bist du dir über die Folgen im Klaren? Abi, im Studium. Das kannst du fürs Erste vergessen. Und ob dieser, dieser Frederik. Dieser Frederik ist ein erfolgreicher und gut bezahlter Fotograf. Noch was? Und ganz sicher auch ein liebevoller von mir. Na klar, du kennst ihn ja schon, nicht wahr? Ich weiß, was ich von einem zu halten habe, mit dir seine Hormone nicht im Griff hat. Nimm mich gefälligst ein bisschen zusammen. Ist gut. Es tut mir leid. Ich, es ist für mich etwas zu viel. Ich muss leider los. Wichtiger Mandant. Ich sehe später noch mal. Vorbei. Du weißt, du weißt, wie er ist. Hat sich Frederik gemeldet? Wir haben uns gestern total bezorft. Er hat was mit einer anderen. Zuerst hat er natürlich alles geläumt, doch am Ende meinte er, er sei ihm einfach nicht der monogame Typ. Eigentlich wollte ich ihm ja von der Schwangerschaft erzählen, aber schlag dir den Kerl aus dem Kopf. Er ist nicht der Richtige. Ich würde auch gerne mal wieder ein Wochenende mit meinem Herrn Sohn verbringen, aber der steckt ja derzeit seine gesamte Energie wie ins Ewachtspiel. Immerhin macht er dir keine allzu großen Sorgen. Findet ihr nicht, dass Jakob und Lukas allmählich alt genug sind, um ihre Entscheidungen selbst zu treffen? Darüber unterhalten wir uns in ein paar Jahren noch mal. Aber genau. Entschuldigung, Frau Dr. Kurgisch. Die gynäkologischen Ergebnisse von Sophie Kram. Danke. Bitte. Das habe ich befürchtet. Eine extrauterine Schwangerschaft. Deshalb warst du das unsicher beim Schall. Was schlägst du vor? Die Hälfte dieser Schwangerschaften endet von selbst mit einem Abort. Solange sie keine akuten Beschwerden hat, würde ich abwarten. Trotzdem bleibt sie unter stationärer Beobachtung. Der Gynäkologe soll sie sich morgen noch mal ansehen. Also, na dann. Viel Erfolg im Wald. Frau Kram. Einen Moment, bitte. Ist was mit Sophie? Ja, leider. Sie hat eine Eileiterschwangerschaft. Heißt das? Sie wird das Kind verlieren. Vielleicht schon bald. Nein. Ich halte es für das Beste, wenn Sie mit ihr sprechen. so behutsam wie möglich. Ich? Ich kann das nicht. Ich verstehe nicht. Müssen Sie alles verstehen? Soll Ihr Mann das übernehmen? Und der Freund Ihrer Tochter? Frederik? Den lassen Sie mal lieber aus dem Spiel. Nein, der ganz gewiss nicht. Könnten Sie das nicht machen? Ehrlich gesagt, ich halte in dieser Situation mütterlichen Beistand für sehr wichtig. Würde es Ihnen helfen, wenn ich mitkomme? Nein, nein. Dann muss mir man das übernehmen. Wochenendausflug? Ist ja super, was ich davon so früh erfahre. Die ist mir gerade gekommen. Ganz spontan. Aber ganz spontan kann ich meiner Kundschaft nicht absagen. Vielleicht ist es auch besser, wenn Jakob und mich mal alleine ein bisschen Zeit miteinander verbringen, von Mann zu Mann. Von Mann zu Mann? Vielleicht wäre es gut, wenn du mit Jakob einfach mal redest wie mit einem Freund. Da kann ich mich ja bemühen, so freundschaftlich wie möglich. Ich werde mich davon überzeugen. Kannst du vorher Jakob überzeugen? Der weiß noch nichts von seinem Glück. Du bist doch wirklich... Nie lässt du mich im Schluss. Die Versorgung des Kindes bei dieser Form der Schwangerschaft ist einfach nicht ausreichend. Glaub mir, wenn wir nur die geringste Chance sehen würden, dann... Wir haben keine Möglichkeit, das Kind zu retten. Eine Fehlgeburt ist leider unvermeidlich. Das heißt aber keineswegs, dass das bei zukünftigen Schwangerschaften wieder passieren muss. Wir warten jetzt den Spontanverlauf ab und du musst uns unbedingt Bescheid sagen, wenn du Beschwerden bekommst. Hörst du? Aber... Stürich. Herr Kram, dürfte ich Sie bitte kurz sehen? Er muss nicht in Ordnung. Und darf ich auch nicht sprechen? Ja, natürlich. Verdammt! Verdammt! Beziehungszustand erzählt habe. Dieser Feigling. Diesen Typen hätte ich auf Unterhalt verklagt. Aber das ist nun nicht mehr nötig. Scheint ihr irgendwie in Mode zu sein, sich seiner Verantwortung zu entziehen? Ja. Worauf willst du eigentlich hinaus, Eduard? Komisch, dass ausgerechnet du mich das fragst. Geht es dir um das Wohlergehen deiner Familie oder eher um das Bild von deinem Kompagnon? Karl dürfte dich doch inzwischen längst besser kennen als wir. Ich lasse jedenfalls unsere Tochter nicht einfach so im Stich. Nicht nur Frau Dr. Globisch war, gelinde gesagt, ein wenig befremdet über dein Verhalten. Auch ich hätte gerne eine Erklärung. Frau, wieso hast du Sophie vor mir nicht beigestanden? Gerade in ihrer Situation? Ich konnte nicht, weil ich... Weil du? Meine Fehlgeburt damals und jetzt Sophie, das ist... Verzeih mir. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie es Sophie bei mir tatsächlich geht? Hast du dich in letzter Zeit auch nur fünf Minuten um uns oder unsere Bedürfnisse gekümmert? Sag, hast du das? Und Sophie's Schüleraustausch? Dein Weg in die Selbstständigkeit? Habe ich das einfach nicht alles mitgetragen? Das unterschlägt nochmal so eben. Ist auch alles selbstverständlich. Eduard, es geht hier nicht um Geld. Nein, ich habe das alles nur für euch getan. Und du? Hast du mich überhaupt mal gefragt, wie es mir dabei geht? Wie geht's dir denn? Beschissen! Frederik, du hast sicher viel zu tun, aber melde dich doch mal, wenn du Zeit hast, ja? Ich will dich sehen. Also, gespäter, ja. Tschüss. Na Sophie, wie geht's? Irgendwelche Schmerzen? Vielleicht ein Ziehen im Bauch oder so? Hast du Blutung? Wir müssen weiter abwarten. Sag sofort Bescheid, wenn du Beschwerden bekommst, ja? Hübsche Fotos. Hast du die gemacht? Das sind Aufnahmen für meine Bewährungsmappe. Gefallen mir. Danke. Frederik hat mir allerdings noch sehr dabei geholfen. Dein Freund? Mit dem kann man stundenlang immer die Magie des Augenblicks philosophieren. Ist er das? Als Fotograf ist er echt total genial. Und sonst? Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn ehrlich gesagt noch nicht lange genug. Jedenfalls sieht er nett aus. Du solltest langsam schlafen. Von hier aus dürfte es nicht mehr weit sein. Du musst nach rechts. Fahr nicht so schnell. Du erschreckst die Tiere. Die schlafen im Winter. War ein Scherz. Schön, dass du doch mitgekommen bist. Was verdankst du, Mama? Wenn du möchtest, kannst du Musik hören? Frische Luft. Was machst du denn da? Kopf zurück! Fenster zu! Hast du wirklich nichts von ihm gehört? Nein. Und ich warte dir nochmals, diesen Hallo-Dreh so schnell wie möglich abzuhaken. Ach, das sagst du so. Denk an dich. Deine Fotografie. Ach, Schätzchen, du hast was Besseres verdient. Vertraue mir, du wirst ihn vergessen. Doch wie stellst du dir das vor, Mama? Wir konnten uns ja nicht mal aussprechen. Ich kann ihn telefonisch einfach nicht erreichen. Er kommt immer erst sehr spät. Vielleicht versuchst du es mal. Er soll mich unbedingt anrufen. Ach ja, vielen Dank auch. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Lass gut sein, dann trage ich ihm Papa. Das wirst du nicht! Entschuldige. Ich muss mal ihm an die Frische Luft. Mama! Frau Kram? Guten Morgen. Guten Morgen. Waren Sie heute schon bei Sophie? Mhm. Darf ich Sie etwas zu dem Vater des Kindes von Sophie fragen? Was ist mit ihm? Warum war er eigentlich noch nicht hier? Ach, das muss er nicht. Wir kommen auch sehr gut ohne ihn, klar. Ich habe aber den Eindruck, dass seine Abwesenheit Ihre Tochter sehr belastet. Das können Sie wohl kaum beurteilen, oder? Ich war früher Model und glauben Sie mir. Diese Typen können ein Mädchen ruinieren. Wenn nicht sogar... Ist das in Ordnung? Nein. Nichts ist in Ordnung. Es ist... Ich war mit ihm im Bett. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Dabei wollte ich doch meine Tochter nur vor einer großen Dummheit bewahren. Wenn Sophie das erfährt. Und mein Mann. Persönlich geht es mich nichts an. Aber als Ärztin muss ich Ihnen davon abraten, Ihre Tochter im Moment ohne dich aufzurengen. Ich... Ich werde mir das nie verzeihen. Da wären wir, mein Junge. Das ist ja ganz nett hier. Ein bisschen muffig. Nachher gibt es richtige Holzfäller-Steaks. Aber da hat es mir überhaupt nicht. Oh, Bier im Kühlkrank hatte ich vergessen. So war richtig kalt. Sag mal, gibt es nicht noch was anderes? Na, dann musst du dich mal umgucken. Wie wäre es damit? Das ist doch was Ordentliches, oder? Reis ohne alles. Ist das nicht ein bisschen fade? Sag mal, Papa. Interessierst du dich eigentlich wirklich dafür, was ich in meinem Leben so vorhabe? Wollen wir nicht erst mal was essen? Ich glaube, was von Pilzrisotto gehört? Klar. Reis mit Pilzen. Genau. Wo willst du denn hin, Junge? Komm einfach mit. Tut mir leid, ich muss noch einen Vertrag überarbeiten. Klar, wie jedes Wochenende. Das ist für dich, meine Süße. Wo ist denn deine Mutter? In der frischen Luft. Ja. Wenigstens, wenn du den Ärzten ein bisschen bei ihrer Arbeit über die Schulter sind. Mensch, Papa, ich habe doch schon lange nicht mehr vor, Medizin zu studieren. Und, wie geht es dir so? Ja, nicht so besonders. Ich habe Angst vor einer weiteren Operation. Daraus meldet sich Frederik nicht. Und Mama weigert sich, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Sie sagt sogar, er taugt nichts. Auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt, wo deine Mutter recht wird, hat sie recht. Ich suche sie mal. Könntest du ihn für mich anrufen? Wie? Ja. Alles schön. Keine schnelle Pauke. Kein Kreuzfolger. Versprochen. Marlene, was ist? Geht's dir nicht gut? Es ging mir noch nie besser. Was ist los mit dir? Seit einigen Tagen verhältst du dich äußerst merkwürdig. Denkst du nicht auch, dass wir uns trennen sollten? Hüble. Seit Jahren leben wir doch nur noch nebeneinander her. Aber unsere Wohnung, dein Büro und Sophie. Erst die Wohnung, dann das Büro und dann Sophie. Deine Wortspielchen bringen uns auch nicht weiter. Es tut mir nur leid um Sophie. Ich werde sie vorerst damit nicht konfrontieren. Da kannst du dir sicher sein. Sophie, du hast gekriegt? Hast du Schmerzen? Es fing plötzlich an zu ziehen, Jungen. Atme langsam ein und aus. Ich hole Dr. Kreuzer. Was? Hast du wieder Schmerzen? Sophie hat Schmerzen. Versuchen Sie, dich zu beruhigen. Ich bin gleich wieder da. Natürlich. Aber ich habe Angst. Ich weiß. Für Pilze ist jetzt die falsche Jahreszeit. Im Wald lässt sich das ganze Jahr über was nachdenken. Dr. Fachmann, ich möchte nochmal unser Gespräch von vorgestern anknüpfen. Bevor du von der Schule abgehst, könntest du doch mit Beginn der Oberstube... Das ist schon wieder damit an. Sag mal, als Arzt kann ich dich beruhigen. Das Abitur hat mit 99%iger Sicherheit keine medizinischen Nebenwirkungen. Und? Ist das etwa nichts? Was ist das? Das sind Austrankpilze. Man nennt sie auch Austrankseitlinge. Sie kommen vor allem in unseren Breitengraden vor. Und woher weißt du, dass die nicht giftig sind? Eine Milliarde Chinesen können sich nicht irren. Mist! Rotwild. Der größte nach ein kapitaler Herrscher. Ein kapitaler Mist, würde ich sagen. Das stinkt. Hast du den auch fürs Abendessen vorgesehen? Im Moment hat er schon Zeit. Aber die Pilze sind nahehaft genug. Man nennt sie nicht umsonst Kalbfleischpilze. Dann lass uns jetzt losziehen mit all dem Kalbfleisch. Als wir uns hier überhaupt noch rausfinden. Wir orientieren uns einfach an der Sonne. Dann sollten wir uns beeilen, bevor sie untergeht. Woher kennst du dich eigentlich so gut aus? Ich hab den Foster ein paar Mal bei seinen Rundgängen durchs Revier begleitet. Ja, und da hat er mir halt ein wenig die Grundlagen erklärt. Ach so, die Grundlagen. Hier lang. Sophies Unterbauch ist extrem schmerzempfindlich. Der Ultraschall ist noch unauffällig. Bitte. Danke. Wegen massiver Luftüberlagerung ist eine genaue Beurteilung jedoch schwierig. Wir sollten dennoch operieren, bevor es zu einer Ruptur, also einem Riss des Einheiters, kommt. Wir werden die fehlerhaft eingenistete Eizelle mittels einer Bauchspiegelung entfernen. So bleiben wir ganz kleine Narben zurück. Sehr gut. Bitte. Herr Kram, Ihnen geht so einiges durch den Kopf? Alles ganz normal, Dr. Kreuzer. Das sind bloß die üblichen Probleme einer 20 Jahre währenden Ehe. Sie kümmern sich um Sophie? Ja, selbstverständlich. Mh, das riecht besser. Als es aussieht. Probieren wir überstudieren, so heißt es doch, oder? Bin ich dir wirklich sicher? Mit einer Pilzvergiftung ist nicht zu spaßen. Du kannst dir ja gerne eine Brose zubereiten. Ob die allerdings weniger giftig ist? Das schmeckt lecker. Na ja. Deine Mutter. Wir essen. Pilzrisotto. Oh, keine Angst. Dr. Kreuzer sagt, es werden nur kleine Narben bleiben. Ich habe mehr Angst vor dem Gefühl danach. Wenn da plötzlich nichts mehr ist. Diese Sorge kann ich dir nicht nehmen, aber... Ich verspreche dir. Deine Mutter und ich... Wir werden immer für dich da sein. Und wo ist sie jetzt? Sie... Sie fühlte sich nicht wohl. Ihr habt euch wieder gestritten, stimmt's? Es hat nichts mit ihr zu tun. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Ich hätte mich nicht genügend um euch gekümmert. Du kennst sie ja. Was glaubst du? Vielleicht habe ich die wichtigen Dinge tatsächlich aus den Augen verloren. Papa, sag mir endlich, was mit euch los ist. Deine Mutter braucht wohl etwas Zeit für sich. Und du? Siehst du das auch so? Mit deinen Kochkünsten kannst du eines Tages Charlotte beerben und die Cafeteria übernehmen, falls du doch noch in unseren Familienbetrieb einsteigen möchtest. Das glaube ich ihr nicht. Mich zieht es in die Natur. Hm. Das habe ich heute gemerkt. Du warst doch auch mal für eine Lehre nach der Schule. Nach dem Abitur, für einen Einblick ins Berufsleben, mag das ja hilfreich sein. Und ich will das Praktikum nutzen, um noch viel mehr Einblicke in den Arbeitsalltag in einem Forstbetrieb zu bekommen. Wie lange soll so eine Lehre dauern? Drei Jahre so viel, wie ich weiß. Und dann kann man sich spezialisieren. In einer Baumschule. Zum Beispiel. Ich mache doch kein Praktikum in einem Betrieb, bei dem ich keine Perspektive habe. Du machst dir Gedanken um deine Perspektiven? Aber da musst du doch wieder die Schulbank drücken. Für die liebe Theorie. Ja. Du bist mir ein Pilzkopf. Ah. Jakob? Mir ist ganz übel. Ich wusste es, die Pilze. Das sieht so. Mir wird auch schon irgendwie komisch. Jakob! Wie soll das Schauspieler werden? Junge, Junge. Hallo? Frau Kram? Ja? Dr. Globusch, Sachsenklinik. Wir müssen Sophie leider doch operieren. Ich werde gleich kommen. Wenn Sie wollen. Ja, natürlich. Bis später. Wiederhören. Björn. Sophies Werte haben sich zum Glück nicht verschlechtert. Wir können laparoskopisch vorgehen. Ein problemloser Eingriff. Ich mache mir eher Sorgen darüber, was Sophie im Anschluss noch bevorsteht. Du meinst Ihre Eltern? Ihr Vater erzählt ja etwas von üblichen Eheproblemen. Ich weiß zwar nicht, was er unter üblichen Problemen versteht. Ich finde jedenfalls einen Seitensprung seiner Frau mit dem Freund der Tochter alles andere als üblich. Was ist passiert? Sie hat bereits operiert. Sie hatte plötzlich starkes Schmerz. Ich war nicht bei ihr. Ich habe versucht, dich würdig zu vertreten. Ich weiß nicht, ich habe mich vernachlässigt. Ich war zu selten für euch da. Nein, Eduard. Ich muss euch um Verzeihung bitten. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hatte einen Ausrutscher mit Frederic. Das hast du nicht getan, oder? Es tut mir leid, es ist einfach passiert. Nein, das tut dir nicht leid. Das ist nicht wahr. Dass du mich betrückst. Das ist traurig. Aber dass du dir dafür ausgerechnet den Freund deiner Tochter aussuchst, das ist bodenlos. Es ist unverzeihlich. Dass du dich dann auch noch mit ihm zu weiteren Schäferstündchen triffst, während Sophie in der Klinik liegt, das ist der Gipfel, der unverfroren wird. Das war nicht so, wie du denkst. Ich wollte ihn nur zur Rede stellen. Offensichtlich. Deswegen hat er bei meinem Auftauchen ja auch sofort die Flucht ergriffen. Ich dachte, ich könnte ihn von Sophie abbringen. Spar mir bitte die weiteren Details. Wie geht es ihr? Sie ist stabil. Fast, Zange. Die Flugenband ist stark angeschwollen. Es ist gut, dass wir sie jetzt operieren. Ich weiß. Versuchen wir, den Eileiter komplett zu erhalten. Ist sie noch ausreichend relaxiert? Ich gebe ihr noch was. Wie geht es, Sophie? Die Operation ist ohne Komplikationen verlaufen. Wir konnten den Eileiter erhalten. Tja, dann... Kann ich zu ihr? Sie schläft jetzt. Kommen Sie morgen früh wieder. Ich habe meinem Mann die Wahrheit gesagt. Eduard, bitte lass uns miteinander reden. Ich habe keinen Bedarf an weiteren Entschuldigung. Wo willst du hin? Bis auf Wartes will ich bei Karl wohnen. In so einer Einlegerwohnung. Wie schön, dann kannst du ja endlich den ganzen Tag mit deinem Partner verbringen. Das ist ja auch viel wichtiger als unsere Ehe. Für die du dich ja ganz besonders ins Zeug gelegt hast. Verdammt, das war nur ein einziges Mal ein blöder Ausrutsch haben. Wahrscheinlich war es liberal. Als Dank dafür lässt sich meine Tochter von einem dahergelaufenen Fotografen schwängern. Und meine Frau? Ich bin ebenfalls mit ihm ins Bett. Du? Du hast damit gar nichts zu tun? Ich dummkopf wollte mich noch bei dir ein Schombie. Du hast doch unsere Beziehung genauso verraten. Mit deiner verfluchten Arbeit, der du alles andere untergeordnet hast. Ich war immer loyal zu dir. Loyalität? Ist es das Einzelne, was du dich noch zählt? Wenn du es als ein Tochterstück empfindest, dann reich doch die Scheidung ein. Ich könnte dir sicher einen guten Anwalt empfehlen. Ich weiß, wie es dir geht. Man denkt, dass man wohl möglich nie wieder ein Kind haben kann. Wieso hast du mir nie von deiner Fehlgeburt erzählt? Ich habe es voll aus meinem Gedächtnis verbannen wollen. Du bist das Glück meines Lebens. Ich hoffe von Herzen, dass du mir eines Tages verzeihen kannst. Was? Die Frau, mit der Frederik etwas hatte. Die Frau war ich. Es hatte keine Bedeutung, glaub mir. Jetzt begreife ich es. Ich bewundere ihren Stil, dieses schmeichelnde Licht. Das ging schon bei der Ausstellung so. Du hast dich ihm ganz besonders um ihn bemüht. Hat ja nicht jede Mutter mit einem Freund ihrer Tochter. Ich weiß, ich habe Mist gebaut, ja. Und du darfst mir das auch übernehmen. Aber so blöd das auch klingen mag, verschleudere dein Herz nicht an diesen Typen. Das sagst du, ja? Ja. Frauen sind für ihn nur Trophäen. Lass mich allein. Sophie, geh. Wollen wir nicht doch noch ein bisschen bleiben? Hast du nicht auch Lust auf ein anständiges Frühstück? Ja, schon, aber wir könnten doch noch mal... Heute ist mir Brotrinde lieber als Baumrinde. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber du wirst von dem, was Mutter Natur dir bietet, auf Dauer nicht leben können. Das ist dir doch klar, oder? Zählen für dich nur noch Geld und Karriere? Jakob, das Leben ist leider kein Wunschkonzert. Kapier das doch endlich. Ich habe ja schon genug kapiert. Ich dachte nur, nach meiner Herz-OP verändert sich einiges. Was soll sich denn ändern? Du bemühst dich überhaupt gar nicht zu verstehen, was ich wirklich will. Es interessiert dich nicht. Denkst du das wirklich? Warum willst du dir nicht helfen lassen? Warum? Ich meine es nur gut mit dir. Du willst mir helfen. Du hast gar nichts begriffen. Absolut nichts. Jakob! Ich habe mit den Ärzten gesprochen. Du darfst schon eine kleine... Sophie! 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 Oh nein! Ich werde dir los, Herr Koffer. Und da ist er voll kreuzvoll. Das hat logisch Bescheid. Oh, komm, nicht schlapp machen! Neuer Tupfer? Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Das Hämatom war winzig. Erst durch den Stoß kam es zur Ruptur. Der Rest ist zum Glück nicht so groß. Ich versuche, ihn zu kleben. Hier, da saugen. Sie wird instabil. Druck 80, 60. Klemme. Wird die Blutung gestillt? Noch eine? Das haben wir gleich. Ligatur. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Die Schwester sprach von Komplikationen. Heute Morgen ging es ihr noch gut. Zumindest körperlich. Hast du sie etwa gesagt? Verdammt. Hättest du dann nicht noch warten können? Sophie wird mich so oder so dafür ihr Leben lang hassen. Genauso wie du. Wenn wir dich hassen könnten, wäre es für uns sehr viel leichter zu ertragen. Ich habe mich in letzter Zeit sicher nicht mit Ruhm bekleckert. Als Vater nicht und ganz offensichtlich auch nicht als Ehemann. Es ist das so. Was weiß ich denn schon von dir und Sophie? Von eurem Leben? Meinen Wünschen? Was Sophie nach der Schule machen möchte? Das habe ich erst jetzt erfahren. Sie beschäftigt sich schon länger mit Fotografie. mit großer Leidenschaft. Schon bevor sie diesen... Frederik? Dabei hast du den Stein ins Rollen gebracht. Ich? Mh. Du hast dir doch diesen teuren Fotoapparat vor dem Austauschjahr geschenkt. Sie hat mir mehrmals die Bilder gezeigt. Ich habe das nie besonders ernst genommen. Hallo, meine Lele. Du hast uns einen ganz schönen Schrecken angejagt. Bist du allein? Deine Mutter war auch hier. Sie wollte dich nicht ohne dich aufregen. Ich habe dir etwas Obst mitgebracht, damit du wieder schnell zu Kräften kommst. Darf ich meinen Weg draufwerfen? Klar. Das sieht interessant aus. Wo ist denn das? Das ist eine stillgelegte Fabrik, nicht weit vom Bahnhof. Schön. Frederik. Eigentlich sieht er ganz sympathisch aus. Bin ja schließlich auch auf ihn reingefallen. Sophie. Meine Intoleranz gegenüber deinen früheren Freunden und jetzt Frederik. Ich muss mich... Das war schon richtig. Ich hätte vielleicht mal besser auf dich hören sollen. Ich möchte mich dafür bei dir entschuldigen. Eine Fahrt mit so einem schicken italienischen Flitzer und ich hätte ihm vielleicht sogar das Duhm geboten. Bist du denn gar nicht mehr wütend auf ihn? Ich bin stinksauer. Aber was bringt es denn? Weißt du, Papa, eigentlich engelt ihr beide euch sehr. Ich verstehe nicht. Na du und Mama. Ihr habt immer nur eure eigene Seite gesehen. Und dabei vielleicht zu wenig an euch beide gedacht. Hast du aber leider recht. Leider? Könntest du Mama bitten, mich zu besuchen? Das mache ich, mein Engel. Sehr gerne. Danke. Cappuccino kommt gleich. Was meinst du? Kommt Familie Kram am Ende aus der Sache heil raus? Hängt jetzt alles von Herrn Kram ab? Oje, noch ein leidgeprüfter Vater. Wieso bist denn du heute schon wieder zurück? Hallo. Ich war's im Weich. Ich hab noch nichts gegessen. Es war bei einem kurzen Ausflug mit Jakob. Und zu trinken gab es offenbar auch nichts. Wir haben uns sehr gut verstanden. Anfangs gab es ein bisschen zuf. Ihr glaubt gar nicht, wie gut Jakob sich im Wald auskennt. Dein Sohn macht eben keine alten Sachen. Der Junge ist leidenschaftlicher Filzsammler. Dann ist vielleicht das Praktikum um so ein Forstbetrieb gar nicht so verkehrt. Dann sein. Sieh an, du bist ja schon da. Aber mal Bescheid sagen war wohl nicht möglich. Ja, ich hab alles versucht. Offenbar hat der Junge seinen starken Willen von dir. Was soll das denn heißen? Roland meinte eben, dass er Jakobs Entscheidung, was den Praktikumsplatz angeht, abzahlt. Vielleicht solltest du ihm ein Geschenk machen, als Geste deines guten Willens sozusagen. Was, ein Hackel? Das hat uns gerade noch gefehlt. Eine Flinte. Sehr witzig. Ein Jagdhorn. Wenn er wirklich ernsthafte Vorschläge hättet, dann... Ja, wie jetzt? Dann bin ich dazu bereit. Ich bin schließlich kein Tyrann. Soll der Junge sein Praktikum machen beim Förster. Nein. Er hat's endlich eingesehen. Also was diese Geste betrifft, da hätte ich auch eine Idee. Was denn? Hallo Mama. Hallo. Wie geht's dir? Ganz okay. Ich hab viel aufs Spiel gesetzt. Und das alles wegen einem, einem... Schmalspür Casanova, der ansonsten nicht als so viel zu bieten hat. Hab ich auch alles verloren? Ich hoffe, wir können irgendwann wieder Freundinnen sein. Das wäre schön. Noch schöner wäre es aber, wenn wir auch wieder in der Familie wären. Dein Vater und ich, wir werden uns darum bemühen. Versprochen. Ich wusste gar nicht, dass es hierzulande überhaupt aus dem Felsen geht. Ja, vor allem zu dieser Jahreszeit. Das Rezept musst du mir unbedingt aufschreiben. Es gibt keins. Danke für den Titel. Aber dass die Dinger so teuer sind, habe ich nicht gewusst. Das ist doch für einen guten Zweck. Jakob, mein Junge, ich möchte mich für mein Verhalten am Wochenende bei dir entschuldigen. Deine Entschuldigung nehme ich auch an. Das ist dein Leben. Und du weißt am besten, was für dich richtig ist. Trotzdem kannst du das hier vielleicht gebrauchen. Damit werden sich deine Zukunftsaussichten wesentlich verbessern. Nach Aussage eines angesehenen Experten handelt es sich bei diesem Fernglas um ein, bei Förstern äußerst beliebtes Modell. Ein ausgezeichnetes Jagdglas. Achtfache Vergrößerung, sogar in der Dämmerung gestochen scharf. Tolle Idee. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bedanke dich bei deinem Vater. Optiker wäre auch ein Beruf für dich. Jakob, wir wünschen dir fürs Försterpraktikum. Wie sagt man so schön? Weidmannsheil! Weidmannsdank! Andersrum! Nee, nee. Ist schon besser so. Everybody say, too too young. Our love is not going on. These days better go away. Because this love is made of strong and pain. Love is enough. Love is enough. I know that love is enough. Love is enough. With the name that you stole me weather. As long as it's been together. Love is enough. Genau, das ist meine Zukunft. Papier das endlich. So. Ich muss dann auch mal. Vielen Dank nochmal fürs Frühstück. Du übertreibst völlig, weißt du das? Förster ist kein übler Beruf. Zum Beispiel wie Straßenfeger oder Imbissbudenbesitzer. Friseure. Was hast du jetzt gesagt? Und du denkst es. Tschüss. Du mich auch, mein Chefarzt. Schönen Tag noch. Was geht an? Sophie Kramm, 17 Jahre. Sie ist vorhin im Auto gelaufen. Verdacht auf Milztruptur. Offene Unterarmfraktur rechts. Schädelherndtrauma und Thoraxtrauma. Yvonne? Hm? Kopie vorbereiten und sag dem CT Bescheid. Wir kommen in 10 Minuten. Wie viel wird kann es sagen? Rechts dürfen reichen. Okay. Hat sie insgesamt nochmal Glück gehabt. Mhm. Keine freie Flüssigkeit. Leber OB. Nieren OB. Milzt hat ein kleines Hämatom. Circa 1x1 Zentimeter. Müssen wir beobachten. Warten wir das CT ab. Der A muss auf jeden Fall repariert werden. Achim? Hm? Geh nochmal ein bisschen runter. Siehst du, was ich sehe? Ja. Musst du nicht längst in der Kanzlei sein? Das klingt ja fast so, als würde ich dich stören. Dann, weißt du, nachdem es so gut lief im Gericht, da dachte ich mir, nimm dir heute doch einfach mal ein wenig frei. So. Bitte? Den Tag kann man ja im Kalender rot anstreichen. Na komm schon. Lass uns dieses seltene Ereignis feiern. Wie weit? Ich kann so nicht aufweiten. Dann hör auf. Was sagt der Richtige? Ich kann den Stift nicht einfach so fallen, dass nur, weil du dir einmal im Jahr spontan für einen halben Tag frei nimmst. Stell dir vor, ich habe auch Termine. Ich gehe schon. Kram. Bitte, wer ist da? Am Apparat. Was gibt es? Sophie? Wie? Wie kommen Sie sofort? Sophie hat einen Unfall. Sie ist in der Sachsenklinik und wird gerade operiert. Du sagst, es ist nämlich, sie ist in der Schule. Ja. Lass uns fahren. Das ging mir leichter als gedacht. Aber bei der Fraktur bin ich unbedingt zu erwarten. Wie sieht es bei dir aus? Kreislaufmäßig alles stabil. Beatmungstechnisch ebenso. Nur, sagen Sie, die sieht ja auch ganz gut aus. Was ist es? Lässt Sie wach werden? Noch nicht. Wir legen Sie erst mal auf die ETS und beobachten Sie noch eine Weile. Sind Sie die Eltern von Sophie Kram? Ja. Ich bin Dr. Gnobisch und das ist... Dr. Kreuzer, Ihre Tochter hatte Glück. Sie hat zwei gebrochene Rippen und eine Unterarmfraktur. Ich habe sie eben operiert. Hat man den Fahrer wenigstens das Ding festgemacht? Nach Zeugenaussagen ist Ihre Tochter dem Fahrer unvermittelt vers Auto gelaufen. Das heißt, Sie... Ihre Tochter ist offenbar schwanger. Bitte. Können wir Sie sehen? Ja. Aber nur kurz. Sie ist noch in der Narkose. Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Oberschwester, das sind die Eltern von Sophie Kram. Guten Tag. Sie wird doch wieder ganz gesund. Davon gehen wir aus. Wann kommen wir zu ihr? Morgen früh. Bitte. Wie konnte das nur passieren? Das muss ich dir wohl nicht erklären. Hast du etwas von einem Mann in Sophies Leben mitbekommen? Ehrlich gesagt, ich halte in dieser Situation mit derlichen Beistand für sehr wichtig. Würde es Ihnen helfen, wenn ich mitkomme? Nein, nein. Dann muss mir Mann das übernehmen. Wochenendeausflug? Ist ja super, dass ich davon so früh erfahre. Die ist mir gerade gekommen, ganz spontan. Aber ganz spontan kann ich meiner Kundschaft nicht absagen. Vielleicht ist es auch besser, wenn Jakob und ich mal alleine ein bisschen Zeit miteinander verbringen, von Mann zu Mann. Von Mann zu Mann? Vielleicht wäre es gut, wenn du mit Jakob einfach mal redest wie mit einem Freund. Da kann ich mich ja bemühen, so freundschaftlich wie möglich. Ich werde mich davon überzeugen. Kannst du vorher Jakob überzeugen? Der weiß noch nichts von seinem Glück. Du bist doch wirklich... Nie lässt du mich im Stich. Die Versorgung des Kindes bei dieser Form der Schwangerschaft ist einfach nicht ausreichend. Glaub mir, wenn wir nur die geringste Chance sehen würden, dann... Ich habe keine Möglichkeit, das Kind zu retten. Eine Fehlgeburt ist leider unvermeidlich. Das heißt aber keineswegs, dass das bei zukünftigen Schwangerschaften wieder passieren muss. Wir warten jetzt den Spontanverlauf ab. Und du musst uns unbedingt Bescheid sagen, wenn du Beschwerden bekommst. Hörst du? Aber... Ich stehe nicht. Herr Kram, durfte ich Sie bitte kurz... Ist irgendwas nicht in Ordnung? Und darf ich hier auf sprechen? Ja, natürlich. Frederik! Verdammt! Verdammt! Frederik hat jegliche Verantwortung von sich gewesen, als ich ihm von Sophies Zustand erzählt habe. Dieser Feigling! Diesen Typen hätte ich auf Unterhalt verklagt. Aber das ist noch nicht mehr nötig. Scheint dir irgendwie in Mode zu sein, sich seiner Verantwortung zu entziehen? Ja. Worauf willst du eigentlich hinaus, Eduard? Kums! Dass ausgerechnet du mich das fragst. Geht es dir um das Wohlergehen deiner Familie oder eher um das Bild von deinem Kompagnon? Karl dürfte dich doch inzwischen längst besser kennen, als wir. Ich lasse jedenfalls unsere Tochter nicht einfach so im Stich. Nicht nur Frau Dr. Globesch war, gelinde gesagt, ein wenig befremdet über dein Verhalten. Auch ich hätte gerne eine Erklärung. Wieso hast du Sophie vorhin nicht beigestanden? Gerade in ihrer Situation? Ich... ich konnte nicht, weil ich... Weil... du? Meine Fehlgeburt damals und... Jetzt Sophie, das ist... Verzeih mir. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie es Sophie bei mir tatsächlich geht? Hast du dich in letzter Zeit auch nur fünf Minuten um uns oder unsere Bedürfnisse gekümmert? Sag, hast du das? Und Sophies Schüleraustausch. Dein Weg in die Selbstständigkeit? Habe ich das etwa nicht alles mitgetragen? Das unterschlägst du mal so eben. Ist auch alles selbstverständlich. Eduard, es geht hier nicht um Geld. Nein, ich habe das alles nur für euch getan. Na, und du? Hast du mich überhaupt mal gefragt, wie es mir dabei geht? Wie geht's dir denn? Beschiss... Aber das muss nichts bedeuten. Was ist mit meinen Eltern? Die sind schon auf dem Weg hierher. Wie du dir vielleicht denken kannst, mussten wir sie über deinen Zustand informieren. Früher oder später hätte ich ja sowieso mit Ihnen darüber reden müssen. Sophie Kramm. Was haben Sie für einen Einlück von der Patientin? Sie hat die Operation gut überstanden. Wie können Sie in Kürze auf Station verlegen? Gibt es Anzeichen für ein erhöhtes Suizidrisiko? Nach Aussage von Dr. Globisch wirkt sie psychisch stabil. Gut. Ich bitte Sie den Fall aufmerksam zu beobachten. Ja. Herr Professor, ich sollte Sie an Ihren Termin im Ministerium mit Herrn Walter innen. Ja, danke Barbara. Wir sind ohnehin fertig. Ich wünsche Ihnen schönen Arbeitszeit. Ihnen auch. Herr Mann, Sie wirken ein wenig abwesend. Nur müde. Die Umstellung von Nacht auf Tag, Sie kennen das. Und Jakob. Ist irgendwas mit ihm? Gesundheitlich nicht, aber der Junge schlägt im Moment mal wieder alle meine guten Ratschläge in den Wind. Und der weiß nicht, was er will. Ja. Ein schwieriges Alter. Zu Hause mischt sich immer gleich die ganze Familie ein. Keine Chance. Ja. Ich brauchte mal Ruhe für ihn. Möchten Sie nicht mal das Wochenende in mein Ferienhaus? Haben Sie Ruhe. Das Angebot würde ich gleich annehmen. Bitte. Wir sind einfach nur froh, dass bei dem Unfall nichts Ernsthaftes passiert ist. Die Lage ist ja wohl ernst genug. Du weißt doch, wie man sowas verhindert. Solche Dinge passieren eben. Bist du dir über die Folgen im Klaren? Abi? Im Studium? Das kannst du fürs Erste vergessen. Und ob dieser... Dieser Frederik... Dieser Frederik ist ein erfolgreicher und gut bezahlter Fotograf. Noch was? Und ganz sicher auch ein liebevoller Familie. Na klar, du kennst ihn ja schon, nicht wahr? Ich weiß, was ich von einem zu halten habe, der seine Hormone nicht im Griff hat. Nämlich gefälligst ein bisschen zusammen. So gut. Es tut mir leid. Es ist für mich etwas zu viel. Ich muss leider los. Wichtiger Mandant. Ich suche später nochmal. Vorbei. Du weißt, wer er ist. Hat sich Frederik gemeldet? Wir haben uns gestern total gezorft. Er hat was mit einer anderen. Zuerst hat er natürlich alles geleugnet, doch am Ende meinte er, er sei ihm einfach nicht der monogame Typ. Eigentlich wollte ich ihm ja von der Schwangerschaft erzählen. Schlag dir den Kerl aus dem Kopf. Er ist nicht der Richtige. Ich würde auch immer wieder ein Wochenende mit meinem Herrn Sohn verbringen. Aber der steckt ja derzeit seine gesamte Energie ins E-Bach-Spiel. Immerhin macht er dir keine allzu großen Sorgen. Findet ihr nicht, dass Jakob und Lukas am Mählich alt genug sind, um ihre Entscheidungen selbst zu treffen? Darüber unterhalten wir uns in ein paar Jahren nochmal. Aber genau. Entschuldigung, Frau Dr. Klobisch. Die gynäkologischen Ergebnisse von Sophie Kram. Danke. Bitte. Das habe ich befürchtet. Eine extrauterine Schwangerschaft. Deshalb warst du das unsicher beim Schall. Was schlägst du vor? Die Hälfte dieser Schwangerschaften endet von selbst mit einem Abort. Solange sie keine akuten Beschwerden hat, würde ich abwarten. Trotzdem bleibt sie unter stationärer Beobachtung. Der Gynäkologe soll sie sich morgen nochmal ansehen. Also. Na dann. Viel Erfolg im Wald. Frau Kram, ein Moment, bitte. Ist was mit Sophie? Ja, leider. Sie hat eine Einleiterschwangerschaft. Heißt das? Sie wird das Kind verlieren. Vielleicht schon bald. Nein. Ich halte es für das Beste, wenn Sie mit ihr sprechen. So berutsam wie möglich. Ich. Ich kann das nicht. Ich verstehe nicht. Müssen Sie alles verstehen? Soll jemand das übernehmen? Und der Freund Ihrer Tochter? Frederik. Den lassen Sie mal lieber aus dem Spiel. Nein, der ganz gewiss nicht. Könnten Sie das nicht machen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Soll ich sehen, geht es ja mit auf. Vielen Dank nochmal für die Einladung. In den letzten Tagen bin ich nicht mal mehr dazu gekommen, einzukaufen. Wozu wohnen wir unter einem Dach? Morgen. 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 Schlecht geschlafen? Zu wenig. So im Dienst ist man reifelnden Urlaub. Bestimmt. So viele Unfälle wie in den letzten 24 Stunden haben wir schon lange nicht mehr heim. Zum Glück haben wir das ganze Wochenende vor uns. Da werden wir was unternehmen. Toll. Das klingt ja richtig begeistert. Was ist eigentlich aus deinem Praktikumsplatz geworden? Hast du da eventuell mal was in Aussicht? Ich arbeite dran. Ich hätte doch was für dich. Du wärst mit einem Praktikum bei uns im Labor. Kannst du natürlich auch in die Verwaltung gehen. Zu Sarah Marquardt? Ja, doch praktisch. Nee, nee, Papa, lass mal. Ich hab keine Lust, auch noch in euren Familienbetrieb einzusteigen. Andere wären froh, wenn sie so einen Familienbetrieb hätten. Soll ich nochmal weggefließt hin. Verdammt, Frederik. Hast du's nicht kapiert? Ich sag's dir nochmal. Verschwinde endlich. Verschwinde aus unserem Leben und zwar ganz. Marlene, jetzt hören wir doch zu. Hau ab! Hättest du mein Plädoyer beim Landgericht hören sollen, mein Lieber. Das war eine Funk-Landung. Am Ende haben sie die Brüte geschluckt ohne Wenn und Aber. Danke, du bist das. Ich erzähl's dir später ungefähr, ja? Bis gleich kalt. Guten Morgen. Du bist schon da? Schön, dass du dich so freust. Na ja, warum hast du ja nicht vorher angerufen? Ich wollte dich eben mal überraschen, was mir offensichtlich gelungen ist. Und warst du gut? Es lief wie ein Stück. Und du hast natürlich alle auf deine Seite gezogen. Ja. Möchtest du noch frühstücken? Ich hatte schon was im Zug und ich muss... Du musst sofort mit deiner Kanzlei telefonieren. Ist das Bad, Frau? Deine Tochter ist längst an der Schule. Vergessen. Ach, klar. Aber übrigens, ist dir schon mal dieser Sportwagen in unsere Nachbarschaft aufgefallen? Welchen Sportwagen meinst du? So ein schicker, alter, italienischer. Nein, nicht, dass ich wüsste. Also ich kann Jakob verstehen. An seiner Stelle hätte ich auch keine Lust, dass mir die Familie ständig auf die Finger guckt. Ich denke nur an seine Zukunft. Und wird's dabei natürlich nur das Beste für mich. Wo sind sie denn, deine zahlreichen Alternativen? Hm? Ich hab ja schon was in Aussicht. Dann lass mal hören. Ja, eigentlich, erzähl mal. Mein Biolehrer, der hat mir neulich vorgeschlagen, mal bei einem Forstbetrieb nachzufragen. Und inzwischen weiß ich, wo ich mein Praktikum machen könnte. Was willst du denn da im Wald? Kontakte knüpfen mit den Eichhornchen? Besser als mit Frau Eichhorn im Labor. Im Übrigen kann ich mir Jakob sehr gut bei einer Arbeit in der Natur vorstellen. Jakob, auf dem Hochsitz, da guckst du denn nicht den Hirschen hinterher, sondern deiner Zukunft, Junge. Dieser Mann heißt Frederik. Frederik? Aha. Und weiter? Er ist Mitte 20 und arbeitet als Fotograf. Sie haben sich vor knapp drei Monaten auf einer Ausstellungserfahrung kennengelernt. Und du bist davon gewusst, oder? Wieso erfahre ich erst jetzt davon? Nee, du, Herr Hau. Du weißt, ich bin ständig unterwegs. Ich kann nicht überall... Nee, du kannst nicht. Oder willst du es nicht? Endlich, Feierabend? Ich hab ja nie Feierabend. Die Fische Waldluft wird Jakob und sein Herz mir bestimmt gut tun. Also ehrlich gesagt, ich verstehe deine Aufregung nicht. Jakob muss gewisse Sachen doch erst mal ausprobieren. Dafür ist so ein Praktikum die allerbeste Gelegenheit. Aber mit so einem Praktikum steht er garantiert nicht die richtigen, weichen Förster. Hallo Jakob. Hallo. Pünktlich wie die Maurer. Abendessen ist gleich fertig. Geht es schon wieder um mich? Ich hab nur gesagt, dass du dir nicht deine Zukunft verbauen solltest. Keine Sorgen, mach ich schon nicht. Die Mittlere Reife, nehm ich schon noch mit. Was? Ich hab mich wohl verhört. Lass mich doch erst mal ausreden. Hast du dir das gut überlegt? Ich will das nicht mehr mit der Schule. Der ganze Stress. Du machst es ja sehr einfach. Kapierst du es immer noch nicht? Ich pack den Druck nicht mehr. Du kannst nicht jedes Mal vor dem kleinsten bisschen Druck davonrennen, auch wenn du ein schwaches Herz hast. Wieder super hingekriegt. Musst du immer gleich den Oberlehrer spielen? Der Junge muss seine Entscheidungen auch mal selber treffen. Soll ich mir sehen, ruhig mit ansehen. Roland, die Welt braucht nicht nur Akademiker. Genau. Als Pia mir neulich von den Plänen von Jakob erzählt hat, hat er... Neulich? Hab ich mich verhört? Ich wollte mit dir darüber sprechen. Aber es ist ja offensichtlich zwecklos. Na prima. Wir können essen. Na komm, mein Chefarzt. Ich bin sehr gewohnt, hier mit meiner Meinung alleine da zu stehen. Aber seit die Familie unter einem Dach wohnt, habe ich eine ganze Streitmacht gegen mich. Du willst mir wenigstens einen Hinweis geben können. Wozu das bei dir führt, haben wir ja heute alle mit ansehen dürfen. Wieso erfahre ich immer als letzter von Jakobs Plänen? Wieso flippst du immer gleich aus? Ist dir eigentlich aufgefallen, dass sich Jakob in letzter Zeit sehr intensiv mit Flora und Fauna beschäftigt hat? Das Ding muss er doch nicht gleich ins Unterholz ziehen. Dir entgehen als vielbeschäftigtem Chefarzt eben hier zu Hause oft entscheidende Details. Weil du sie mir bewusst vor enthältst. Mir ist doch nicht zu reden. Genau, dann ignoriert mich doch alle. Jakob weiß noch nicht, was für ihn im Leben wirklich wichtig ist. Du machst genau denselben Fehler wie bei Aline. Das ist Aline aus dem Spiel. Du versuchst, Jakob, in etwas hineinzupressen, was er gar nicht will. Glücklich ist ein Mensch genau dann, wenn er das Leben lebt, das zu ihm passt. Das hast du mal gesagt. Ja? Ja. Dann revidiere ich das hier mit. Gute Nacht. Wie fühlst du dich? Ganz okay. Ich hab's immer schon los. Das ist normal nach einer Operation. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Dr. Globisch. Wie geht es Ihnen? Was ist eigentlich passiert? Sie hatten einen Unfall. Du, bitte. Ganz gut. Wir mussten dich operieren. Unfall. Ich erinnere mich noch an den Streit mit meinem Freund. Ich war total durcheinander und wollte nach Hause. Auf dem Heimweg ist mir dann plötzlich schwindlig geworden. Das ist nichts Ungewöhnliches in deinem Zustand. Ist mit dem Kind alles in Ordnung? Ich denke ja. Warst du schon beim Frauenarzt? Ich hab nur den Apothekentest gemacht. Wir werden dich unserer Gynäkologin vorstellen und sie wird dich untersuchen. Gibt es Probleme? Eine Routine. Deine Blutwerte sind ein bisschen durcheinander. Lachen doch erst mal ausprobieren. Dafür ist so ein Praktikum die allerbeste Gelegenheit. Mit so einem Praktikum stellt er garantiert sich die richtigen, weichen Förster. Hallo Jakob. Hallo. Pünktlich wie die Maurer. Abendrissen ist verstanden. Geht es schon wieder um mich? Ich hab nur gesagt, dass du dir nicht deine Zukunft verbauen solltest. Keine Sorgen, mach ich schon nicht. Die mittlere Reife, da nehme ich schon noch mit. Was? Ich hab mich wohl verhört. Lass ihn doch erst mal ausreden. Hast du dir das gut überlegt? Ich will das nicht mehr mit der Schule. Der ganze Stress. Du machst es ja sehr einfach. Kapierst du es immer noch nicht? Ich pack den Druck nicht mehr. Du kannst nicht jedes Mal vor dem kleinsten bisschen Druck davonrennen, auch wenn du ein schwaches Herz hast. Wieder super hingekriegt. Musst du immer gleich den Oberlehrer spielen? Der Junge muss seine Entscheidungen auch mal selber treffen. Soll ich mir sehen, ruhig mit Ansehen. Roland, die Welt braucht nicht nur Akademiker. Genau. Als Pia mir neulich von den Plänen von Jakob erzählt hat, hat er... Neulich? Hab ich mich verhört? Ich wollte mit dir darüber sprechen. Aber es ist ja offensichtlich zwecklos. Na prima. Wir können essen. Na komm, mein Chefarzt. Ich bin sehr gewohnt, hier mit meiner Meinung alleine dazustehen. Aber seit die Familie unter einem Dach wohnt, habe ich eine ganze Streitmacht gegen mich. Du hättest mir wenigstens einen Hinweis geben können. Wozu das bei dir führt, haben wir ja heute alle mit ansehen dürfen. Wieso erfahre ich immer als letzter von Jakobs Plänen? Wieso flippst du immer gleich aus? Ist dir eigentlich aufgefallen, dass sich Jakob in letzter Zeit sehr intensiv mit Flora und Fauna beschäftigt hat? Das Ding muss er doch nicht gleich ins Unterholz ziehen. Dir entgehen als vielbeschäftigtem Chefarzt eben hier zu Hause oft entscheidende Details. Weil du sie mir bewusst vor enthältst. Ach, mir ist doch nicht zu reden. Genau, dann ignoriert mich doch alle. Jakob weiß noch nicht, was für ihn im Leben wirklich wichtig ist. Du machst genau denselben Fehler wie bei Alina. Und lass Alina aus dem Spiel. Du versuchst, Jakob in etwas hineinzupressen, was er gar nicht will. Glücklich ist ein Mensch genau dann, wenn er das Leben lebt, das zu ihm passt. Das hast du mal gesagt. Ja? Ja. Dann revidiere ich das hier mit. Gute Nacht. Wie fühlst du dich? Ganz okay. Ich hab zu mir schon los. Das ist normal nach einer Operation. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Dr. Globisch. Wie geht es Ihnen? Was ist denn nicht passiert? Sie hatten einen Unfall. Du, bitte. Ganz gut. Wir mussten dich operieren. Unfall? Ich erinnere mich noch an einen Streit mit meinem Freund. Ich war total durcheinander und wollte nach Hause. Und auf dem Heimweg ist mir dann plötzlich schwindlig geworden. Das ist nichts Ungewöhnliches in deinem Zustand. Ist mit dem Kind alles in Ordnung? Ich denke ja. Warst du schon beim Frauenarzt? Ich hab nur den Apothekentest gemacht. Wir werden dich unserer Gynäkologin vorstellen und sie örtlich untersuchen. Gibt es Probleme? Eine Routine. Deine Blutwerte sind ein bisschen durcheinander. Aber das muss nichts bedeuten. Was ist mit meinen Eltern? Die sind schon auf dem Weg hierher. Wie du dir vielleicht denken kannst, mussten wir sie über deinen Zustand informieren. Früher oder später hätte ich ja sowieso mit Ihnen drüber reden müssen. Sophie Kramm. Was haben Sie für einen Eindruck von der Patientin? Sie hat die Operation gut überstanden. Wir können sie in Kürze auf Station verlegen. Gibt es Anzeichen für ein erhöhtes Suizidrisiko? Nach Aussage von Dr. Globisch wirkt sie psychisch stabil. Gut. Ich bitte Sie den Fall aufmerksam zu beobachten. Ja. Herr Professor, ich sollte Sie an Ihren Termin im Ministerium mit Herrn Walter in. Ja, danke Barbara. Wir sind ohnehin fertig. Ich wünsche Ihnen schönen Arbeitsdang. Ihnen auch. Ich meine, Sie wirken ein wenig abwesend. Nur müde. Die Umstellung von Nacht auf Tag, Sie kennen das. Und Jakob. Ist irgendwas mit ihm? Gesundheitlich nicht, aber der Junge schlägt im Moment mal wieder alle meine guten Ratschläge in den Wind. Der weiß nicht, was er will. Ja. Ein schwieriges Alter. Zu Hause mischt sich immer gleich die ganze Familie ein. Keine Chance. Ja. Ich brauchte mal Ruhe für ihn. Möchten Sie nicht mal das Wochenende in mein Ferienhaus? Haben Sie Ruhe. Das Angebot würde ich gleich anlegen. Bitte. Wir sind einfach nur froh, dass bei dem Unfall nichts Ernsthaftes passiert ist. Die Lage ist ja wohl ernst genug. Du weißt doch, wie man sowas verhindert. Solche Dinge passieren eben. Bist du dir über die Folgen im Klaren? Abi? Im Studium? Das kannst du fürs Erste vergessen. Und ob dieser... Dieser Frederik. Dieser Frederik ist ein erfolgreicher und gut bezahlter Fotograf. Noch was? Und ganz sicher auch ein liebevoller von mir. Na klar, du kennst ihn ja schon nicht, wahr? Ich weiß, was ich von einem zu halten habe, der seine Hormone nicht im Griff hat. Nimm dich gefälligst ein bisschen zusammen. Schon gut. Es tut mir leid. Ich... Es ist für mich... Es ist etwas zu viel. Ich muss leider los. Wichtiger Mandant. Ich sieh später nochmal vorbei. Du weißt, wie er ist. Hat sich Frederik gemeldet? Wir haben uns gestern total gezofft. Er hat was mit einer anderen. Zuerst hat er natürlich alles geleugnet, doch am Ende meinte er, er sei ihm einfach nicht der monogame Typ. Eigentlich wollte ich ihm ja von der Schwangerschaft erzählen. Schlagt er den Kerl aus dem Kopf. Er ist nicht der Richtige. Ich würde auch gerne mal wieder ein Wochenende mit meinem Herrn Sohn verbringen. Aber der steckt ja derzeit seine gesamte Energie ins E-Bach-Spiel. Immerhin macht er dir keine allzu großen Sorgen. Findet ihr nicht, dass Jakob und Lukas allmählich alt genug sind, um ihre Entscheidungen selbst zu treffen? Darüber unterhalten wir uns in ein paar Jahren nochmal. Aber genau. Entschuldigung, Frau Dr. Klobisch. Die gynäkologischen Ergebnisse von Sophie Kram. Danke. Bitte. Das habe ich befürchtet. Eine extrauterine Schwangerschaft. Deshalb warst du das unsicher beim Schall. Was schlägst du vor? Die Hälfte dieser Schwangerschaften endet von selbst mit einem Abort. Solange sie keine akuten Beschwerden hat, würde ich abwarten. Trotzdem bleibt sie unter stationärer Beobachtung. Der Gynäkologe soll sie sich morgen nochmal ansehen. Also, na dann, viel Erfolg im Wald. Frau Kram. Einen Moment, bitte. Ist das mit Sophie? Ja, leider. Sie hat eine Eileiterschwangerschaft. Heißt das? Sie wird das Kind verlieren. Vielleicht schon bald. Nein. Ich halte es für das Beste, wenn Sie mit ihr sprechen. So berutsam wie möglich. Ich? Ich. Kann das nicht. Ich verstehe nicht. Müssen Sie alles verstehen? Soll Ihr Mann das übernehmen? Und der Freund Ihrer Tochter? Frederik. Den lassen Sie mal lieber aus dem Spiel. Nein, der ganz gewiss nicht. Könnten Sie das nicht machen? Ehrlich gesagt, ich halte in dieser Situation mütterlichen Beistand für sehr wichtig. Würde es Ihnen helfen, wenn ich mitkomme? Nein, nein. Dann müssen wir Mann das übernehmen. Wochenendausflug? Ist ja super, dass ich davon so früh erfahre. Die ist mir gerade gekommen, ganz spontan. Aber ganz spontan kann ich meiner Kundschaft nicht absagen. Vielleicht ist es auch besser, wenn Jakob und ich mal alleine ein bisschen Zeit miteinander verbringen, von Mann zu Mann. Von Mann zu Mann? Vielleicht wäre es gut, wenn du mit Jakob einfach mal redest wie mit einem Freund. Kann ich mich ermühen, so freundschaftlich wie möglich. Ich werde mich davon überzeugen. Kannst du vorher Jakob überzeugen? Der weiß noch nichts von seinem Glück. Du bist doch wirklich... Nie lässt du mich im Stich. Die Versorgung des Kindes bei dieser Form der Schwangerschaft ist einfach nicht ausreichend. Glaub mir, wenn wir nur die geringste Chance sehen würden, dann... Wir haben keine Möglichkeit, das Kind zu retten. Eine Fehlgeburt ist leider unvermeidlich. Das heißt aber keineswegs, dass das bei zukünftigen Schwangerschaften wieder passieren muss. Wir warten jetzt den Spontanverlauf ab. Und du musst uns unbedingt Bescheid sagen, wenn du Beschwerden bekommst. Hörst du? Könntest du ihn für mich anrufen? Ich? Ja. War schön. Keine Standpauke. Kein Kreuzfolger. Versprochen. Marlene, was ist? Geht's dir nicht gut? Es ging mir noch nie besser. Was ist los mit dir? Seit einigen Tagen verhältst du dich äußerst merkelich. Denkst du nicht auch, dass wir uns trennen sollten? Gebt. Seit Jahren leben wir doch nur noch nebeneinander her. Aber unsere Wohnung, dein Büro und Sophie. Erst die Wohnung, dann das Büro und dann Sophie. Deine Wortspielchen bringen uns auch nicht weiter. Es tut mir nur leid um Sophie. Ich werde sie vorerst damit nicht konfrontieren. Da kannst du dir sicher sein. Sophie, du hast gekriegt? Hast du Schmerzen? Es fing plötzlich an zu ziehen. Atme langsam ein und aus. Ich hole Dr. Kreuzer. Was? Hast du gut geschlossen? Sophie hat Schmerzen. Versuchen Sie, dich zu beruhigen. Ich bin gleich wieder da. Natürlich. Aber ich habe Angst. Ich weiß. Für Pilze ist jetzt die falsche Jahreszeit. Im Wald lässt sich das ganze Jahr über was nachfinden. Sagter Fachmann. Ich möchte nochmal an unser Gespräch von vorgestern anknüpfen. Bevor du von der Schule abgehst, könntest du doch mit Beginn der Oberstube... Hängst du schon wieder damit an? Junge, als Arzt kann ich dich beruhigen. Das Abitur hat mit 99%iger Sicherheit keine medizinischen Nebenwirkungen. Und ist das etwa nichts? Was ist denn das? Das sind Austernpilze. Man nennt sie auch Austernseitlinge. Sie kommen vor allem in unseren Breitengraden vor. Und vorher weißt du, dass die nicht giftig sind? Eine Milliarde Chinesen können sich nicht irren. Mist! Rotwild. Der Größe nach ein kapitaler Herrscher. Ein kapitaler Mist, würde ich sagen. Oh, das stinkt. Hast du den auch fürs Abendessen vorgesehen? Im Moment hat der schon Zeit. Aber die Pilze sind nahhaft genug. Man nennt sie nicht umsonst Kalbfleischpilze. Dann lass uns jetzt losziehen mit all dem Kalbfleisch. Als wir uns hier überhaupt noch rausfinden. Wir orientieren uns einfach an der Sonne. Dann sollten wir uns beeilen, bevor sie untergeht. Oder kennst du dich eigentlich so gut aus? Ich habe den Flöster ein paar Mal bei seinen Rundgängen durchs Revier begleitet. Ja, und da hat er mir halt ein wenig die Grundlagen erklärt. So, die Grundlagen. Die ja lang. Sophies Unterbauch ist extrem schmerzempfindlich. Der Ultraschall ist noch unauffällig. Bitte. Danke. Wegen massiver Luftüberlagerung ist eine genaue Beurteilung jedoch schwierig. Wir sollten dennoch operieren, bevor es zu einer Ruptur, also einem Riss des Einheites kommt. Wir werden die fehlerhaft eingenistete Eizelle mittels einer Bauchspiegelung entfernen. So bleiben wir ganz kleine Narben zurück. Sehr gut. Bitte. Herr Kram, Ihnen geht so einiges durch den Kopf? Alles ganz normal, Dr. Kreuze. Das sind bloß die üblichen Probleme einer 20 Jahre währenden Ehe. Sie kümmern sich um Sophie? Ja, selbstverständlich. Mh, das riecht besser, als es aussieht. Probieren wir überstudieren. So heißt das doch, oder? Bist du dir wirklich sicher? Mit einer Pilzvergiftung ist nicht zu spaßen. Du kannst dir ja gerne eine Burse zubereiten. Ob die allerdings weniger giftig ist? Es schmeckt lecker. Na ja. Deine Mutter. Wir essen. Pilzrisotto. Oh, keine Angst. Dr. Kreuze sagt, es werden nur kleine Narben bleiben. Ich habe mir Angst vor dem Gefühl danach. Wenn da plötzlich nichts mehr ist. Diese Sorge kann ich dir nicht nehmen, aber... Ich verspreche dir. Deine Mutter und ich... Wir werden immer für dich da sein. Und wo ist sie jetzt? Sie... Sie fühlte sich nicht wohl. Ihr habt euch wieder gestritten, stimmt's? Es hat nichts mit dir zu tun. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Ich hätte mich nicht genügend um euch gekümmert. Du kennst sie ja. Und was glaubst du? Vielleicht habe ich die wichtigen Dinge tatsächlich aus den Augen verloren. Papa, sag mir endlich, was mit euch los ist. Deine Mutter braucht wohl etwas Zeit für sich. Und du? Siehst du das auch so? Mit deinen Kochkünsten kannst du eines Tages Charlotte beerben und die Cafeteria übernehmen, falls du dir doch noch in unseren Familienbetrieb einsteigen möchtest. Das glaube ich ihr nicht. Mich zieht es in die Natur. Hm. Das habe ich heute gemerkt. Du warst doch auch mal für eine Lehre nach der Schule. Nach dem Abitur für einen Einblick ins Berufsleben mag das ja hilfreich sein. Und ich will das Praktikum nutzen, um noch viel mehr Einblicke in den Arbeitsalltag in einem Forstbetrieb zu bekommen. Wie lange soll so eine Lehre dauern? Drei Jahre, so viel wie ich weiß. Und dann kann man sich spezialisieren. In einer Baumschule. Zum Beispiel. Ich mache doch kein Praktikum in einem Betrieb, bei dem ich keine Perspektive habe. Du machst dir Gedanken um deine Perspektiven? Aber dann musst du doch wieder die Schulbank drücken. Für die liebe Theorie. Ja. Du bist mir ein Pilzkopf. Ah. Jacob. Mir ist ganz übel. Oh, ich wusste es, die Pilze. Das ist jetzt so. Mir wird auch schon irgendwie komisch. Jacob! Jetzt ist es schon wieder gegangen. Junge, Junge. Hallo? Frau Kramm? Ja? Dr. Globus Sachsenklinik. Wir müssen Sophie leider doch operieren. Ich werde gleich kommen. Wenn Sie wollen? Ja, natürlich. Bis später. Wiederhören. Björn. Sophies Werte haben sich zum Glück nicht verschlechtert. Wir können laparoskopisch vorgehen. Ein problemloser Eingriff. Ich mache mir eher Sorgen darüber, was Sophie im Anschluss noch bevorsteht. Du meinst Ihre Eltern? Ihr Vater erzählt dir etwas von üblichen Eheproblemen. Ich weiß zwar nicht, was er unter üblichen Problemen versteht. Ich finde jedenfalls einen Seitensprung seiner Frau mit dem Freund der Tochter alles andere als üblich. Was ist passiert? Sie hat bereits operiert. Sie hatte plötzlich starkes Schmerz. Ich war nicht bei ihr. Ich habe versucht, dich würdig zu vertreten. Ich weiß nicht, aber ich war nachlesigt. Ich war zu selten für euch da. Nein, Eduard. Ich muss euch um Verzeihung bitten. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hatte einen Ausrutscher mit Frederik. Das hast du jetzt nicht getan, oder? Es tut mir leid. Das ist einfach passiert. Nein, das tut dir nicht leid. Das ist nicht wahr. Dass du mich bedrückst, das ist traurig. Aber dass du dir dafür ausgerechnet den Freund deiner Tochter aussuchst, das ist bodenlos. Es ist unverzeihlich. Dass du dich dann auch noch mit ihm zu weiteren Schäferstündchen triffst, während Sophie in der Klinik liegt, das ist der Gipfel, der unverfroren wird. Das war nicht so, wie du denkst. Ich wollte ihn nur zur Rede stellen. Offensichtlich. Deswegen hat er bei meinem Auftauchen ja auch sofort die Flucht ergriffen. Ich dachte, ich könnte ihn von Sophie abbringen. Spar mir bitte die weiteren Details. Wie geht es ihr? Sie ist stabil. Fast, Zange? Die Flugband ist stark angeschwollen. Es ist gut, dass wir sie jetzt operieren. Ich weiß. Versuchen wir, den Eiliter komplett zu erhalten. Ist sie noch ausreichend relaxiert? Ich gebe es. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Vielen Dank nochmal für die Einladung. In den letzten Tagen bin ich nicht mal mehr dazu gekommen, einzukaufen. Wozu wohnen wir unter einem Dach? Morgen. 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 Schlecht geschlafen? Zu wenig. So im Dienst ist man reif für den Urlaub. Bestimmt. So viele Unfälle wie in den letzten 24 Stunden haben wir schon lange nicht mehr heimgesagt. So, wie kann man das ganze Wochenende vor uns? Dann werden wir was unternehmen. Toll. Das klingt ja richtig begeistert. Was ist eigentlich aus deinem Praktikumsplatz geworden? Hast du da eventuell mal was in Aussicht? Ich arbeite dran. Ich hätte da was für dich. Wie wäre es mit einem Praktikum bei uns im Labor? Kannst du natürlich auch in die Verwaltung gehen. Zu Sarah Marquardt? Ja, doch praktisch. Nee, nee, Papa, lass mal. Ich habe keine Lust auch noch in euren Familienbetrieb einzusteigen. Andere wären froh, wenn sie so einen Familienbetrieb hätten. Soll ich nochmal wegfließt sein. Verdammt, Frederik. Hast du es nicht kapiert? Ich sage es dir nochmal. Verschwinde endlich. Verschwinde aus unserem Leben und zwar ganz. Marlene, jetzt hören wir doch zu. Hau ab! Das war eine Punktlandung. Am Ende haben sie die Füße geschluckt, ohne wenn und aber. Danke, Herr Schatz. Ich erzähle es dir später im Detail, ja? Bis gleich kalt. Du bist schon da? Schön, dass du dich so freust. Na ja, warum hast du dich vorher angerufen? Ich wollte dich überraschen, was mir offensichtlich gelungen ist. Und, warst du gut? Es lief wie Anschlöchig. Und du hast natürlich alle auf deine Seite gezogen. Ja. Möchtest du noch frühstücken? Ich hatte schon was im Zug und ich... Du musst sofort mit deiner Kanzlei telefonieren. Ist das Wartfall? Deine Tochter ist längst in der Schule. Vergessen. Ah, klar. Aber übrigens, ist dir schon mal dieser Sportwagen in unsere Nachbarschaft aufgefallen? Welchen Sportwagen meinst du? So ein schicker, alter, italienischer. Nein, nicht, dass ich wüsste. Also ich kann Jakob verstehen. An seiner Stelle hätte ich auch keine Lust, dass mir die Familie ständig auf die Finger guckt. Ich denke nur an seine Zukunft. Und wird es dabei natürlich nur das Beste für mich. Wo sind sie denn, deine zahlreichen Alternativen? Hm? Ich hab doch schon was in Aussicht. Dann lass mal hören. Ja, ehrlich, erzähl mal. Mein Biolehrer, der hat mir neulich vorgeschlagen, mal bei einem Fussbetrieb nachzufragen. Und inzwischen weiß ich, wo ich mein Praktikum machen könnte. Was willst du denn da im Wald? Kontakte knüpfen mit den Eichhörnchen? Besser als mit Frau Eichhorn im Labor. Im Übrigen kann ich mir Jakob sehr gut bei einer Arbeit in der Natur vorstellen. Jakob, auf dem Hochsitz, da guckst du denn nicht den Hirschen hinterher, sondern deiner Zukunft, Junge. Genau, das ist meine Zukunft. Kapier das endlich. So. Ich muss dann auch mal. Ich will dann doch mal fürs Frühstück. Du übertreibst völlig, weißt du das? Förster ist kein übler Beruf. Zum Beispiel wie Straßenfeger oder Imbissbudenbesitzer. Friseure. Was hast du jetzt gesagt? Und du denkst es. Tschüss. Du mich auch, mein Chefarzt. Schönen Tag noch. Was geht an? Sophie Kramm, 17 Jahre. Sie ist vorhin im Auto gelaufen. Verdacht auf Milztruptur. Offene Unterarmfraktur rechts. Reden-Hirn-Trauma und Thorax-Trauma. Yvonne? Kopier vorbereiten und sag dem CT Bescheid. Wir kommen in zehn Minuten. Wie viel Blutkonsergen? Sechs dürften reichen. Okay. Hat sie insgesamt noch mal Glück gehabt? Mhm. Keine Freiflüssigkeit. Leber-OB, Nieren-OB. Milzt hat ein kleines Hämatom, circa einmal ein Zentimeter. Müssen wir beobachten. Warten wir das CT ab. Der A muss auf jeden Fall repariert werden. Achim? Hm? Geh noch mal ein bisschen runter. Siehst du, was ich sehe? Ja. Willst du nicht längst in der Kanzlei sein? Das klingt ja fast so, als würde ich dich stören. Weißt du, nachdem es so gut lief im Gericht, da dachte ich mir, nimm dir heute doch einfach mal ein wenig frei. So. Bitte? Den Tag kann man ja im Kalenderrot anstreichen. Na komm schon. Lass uns dieses seltene Ereignis feiern. Wie, Leute, ich kann so nicht arbeiten. Dann hör auf. Was sagt der Richtige? Ich kann den Stift nicht einfach so fallen, dass nur, weil du dir einmal im Jahr spontan für einen halben Tag freinimmst. Stell dir vor, ich habe auch Termine. Ich gehe schon. Kram? Bitte, wer ist da? Einfach parat. Was gibt es? Sophie? Wie? Wir kommen sofort. Sophie hat einen Unfall. Sie ist in der Sachsenklinik und hat gerade operiert. Du sagst, dass du nicht siehst in der Schule. Ja. Lass uns fahren. Das ging mir leichter als gedacht. Aber bei der Fraktur bin ich unbedingt zu erwarten. Wie sieht es bei dir aus? Kreislaufmäßig alles stabil. Beatmungstechnisch ebenso. Nur sah es hier ja auch ganz gut aus. Was ist das? Lässt du sie wach werden? Noch nicht. Wir legen sie erst mal auf die ETS und beobachten Sie noch eine Weile. Sind Sie die Eltern von Sophie Kram? Ja. Ich bin Dr. Globisch und das ist... Dr. Kreuzer, Ihre Tochter hatte Glück. Sie hat zwei gebrochene Rippen und eine Unterarmfaktur. Ich habe sie eben operiert. Hat man den Fahrer wenigstens Ding festgemacht? Nach Zeugenaussagen ist Ihre Tochter dem Fahrer unvermittelt vor das Auto gelaufen. Das heißt, Sie... Ihre Tochter ist offenbar schwanger. Bitte? Können wir Sie sehen? Ja. Aber nur kurz. Sie ist doch unter Narkose. Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Oberschwester, das sind die Eltern von Sophie Kram. Guten Tag. Sie wird doch wieder ganz gesund. Davon gehen wir aus. Wann können wir zu ihr? Morgen früh. Bitte. Wie konnte das nur passieren? Das muss ich dir wohl nicht erklären. Weißt du etwas von einem Mann in Sophie's Leben mitbekommen? Dieser Mann heißt Frederik. Frederik. Aha. Und weiter? Er ist Mitte 20 und arbeitet als Fotograf. Sie haben sich vor knapp drei Monaten auf einer Ausstellungserfung kennengelernt. Und du hast davon gewusst, ja? Wieso erfahre ich erst jetzt davon? Hey, du... Du weißt, ich bin ständig unterwegs. Ich kann nicht überall... Hey, du kannst nicht. Oder willst du es nicht? Endlich Feierabend? Ich habe ja nie Feierabend. Die Fische Waldluft wird Jakob und sein Herz bestimmt gut tun. Also ehrlich gesagt, ich verstehe deine Aufregung nicht. Jakob muss gewisse Sachen... Ich verstehe ich. Herr Kramp, durfte ich Sie bitte kurz suchen. Er muss nicht in Ordnung. Und darf ich ja auch sprechen? Ja, natürlich. Rederik! Verdammt! Frederik hat jegliche Verantwortung von sich gewesen, als ich ihm von Sophies Zustand erzählt habe. Dieser... Feigling! Diesen Typen hätte ich auf Unterhalt verklagt. Aber das ist nur nicht mehr nötig. Scheint ihr irgendwie in Mode zu sein, sich seiner Verantwortung zu entziehen? Ja? Worauf willst du eigentlich hinaus, Eduard? Komisch. Dass ausgerechnet du mich das fragst. Geht es dir um das Wohlergehen deiner Familie oder eher um das Bild von deinem Kompagnon? Karl dürfte dich doch inzwischen längst besser kennen als wir. Ich lasse jedenfalls unsere Tochter nicht einfach so im Stich. Nicht nur Frau Dr. Globisch war, gelinde gesagt, ein wenig befremdet über dein Verhalten. Auch ich hätte gerne eine Erklärung. Wieso hast du Sophie vorhin nicht beigestanden? Gerade in ihrer Situation? Ich konnte nicht, weil ich... Weil? Du? Meine Fähre war damals und jetzt Sophie, das ist... Verzeihung. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie es so viel bei mir tatsächlich geht? Hast du dich in letzter Zeit auch nur fünf Minuten um uns oder unsere Bedürfnisse gekümmert? Sag, hast du das? Und Sophies Schüleraustausch? Dein Weg in die Selbstständigkeit? Habe ich das einfach nicht alles mitgetragen? Das unterschlägst du mal so hin. Ist auch alles selbstverständlich. Eduard, es geht hier nicht um Geld. Nein, ich habe das alles nur für euch getan. Und du? Hast du mich überhaupt mal gefragt, wie es mir dabei geht? Wie geht's dir denn? Beschissen! Frederik, du hast nicht hier viel zu tun, aber... Melde dich doch mal, wenn du Zeit hast, ja? Ich will dich sehen. Also, gespürt daher. Tschüss. Na, Sophie, wie geht's? Irgendwelche Schmerzen? Vielleicht Enzien im Bauch oder so? Hast du Blutung? Wir müssen weiter abwarten. Sag sofort Bescheid, wenn du Beschwerden bekommst, ja? Lübsche Fotos. Hast du die gemacht? Das sind Aufnahmen für meine Bewährungsmappe. Gefallen mir. Danke. Frederik hat mir allerdings auch sehr dabei geholfen. Dein Freund? Mit dem kann man stundenlang immer die Magnetis Augenblicks philosophieren. Ist er das? Als Fotograf ist er echt total genial. Und sonst? Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn ehrlich gesagt noch nicht lange genug. Jedenfalls sieht er nett aus. Hm? Du solltest langsam schlafen. Ja. Du solltest langsam schlafen. Du solltest langsam schlafen. Wenn du möchtest, kannst du Musik hören? Frische Luft. Was machst du denn da? Kopf zurück! Nein! Fenster zu! Hast du wirklich nichts von ihm gehört? Nein! Und ich rate dir nochmals, diesen Hallotrich so schnell wie möglich abzuhaken. Ach, das sagst du so. Denk an dich. Deine Fotografie. Na, Schätzchen, du hast was Besseres verdient. Vertraue mir, du wirst ihn vergessen. Doch wie stellst du dir das vor, Mama? Wir konnten uns ja nicht mal aussprechen. Ich kann ihn telefonisch einfach nicht erreichen. Er kommt immer erst sehr spät. Vielleicht versuchst du's mal. Er soll mich unbedingt anrufen. Ach ja, vielen Dank auch. Ich weiß nicht, wie ich's dir erklären soll. Lass gut sein, dann frag ich ihn Papa. Das tust du nicht! Entschuldige. Ich muss mal ihm an die Frosche hin. Mama! Frau Kramp, guten Morgen. Guten Morgen. Waren Sie heute schon bei Sophie? Mhm. Darf ich Sie etwas zu dem Vater des Kindes von Sophie fragen? Was ist mit ihm? Warum war er eigentlich noch nicht hier? Ach, das muss er nicht. Wir kommen auch sehr gut ohne ihn klar. Ich hab aber den Eindruck, dass seine Abwesenheit ihre Tochter sehr belastet. Das können Sie wohl kaum beurteilen, oder? Ich war früher Model und glauben Sie mir. Diese Typen können ein Mädchen ruinieren. Wenn nicht sogar... Hat es in Ordnung? Nein. Nichts ist in Ordnung. Es ist... Ich war mit ihm im Bett. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Dabei wollte ich doch meine Tochter nur vor einer großen Dummheit bewahren. Wenn Sophie das erfährt. Und mein Mann. Persönlich geht es mich nichts an. Aber als Ärztin muss ich Ihnen davon abraten, Ihre Tochter im Moment unnötig aufzurengen. Ich... Ich würde mir das nie verzeihen. Lauf immer, mein Junge. Ja. Ist ja ganz nett hier. Ein bisschen muffig. Nachher gibt es richtige Holzfäller-Steaks. Papa, dann achten wir überhaupt nicht. Oh, Bier im Kühlschrank hatte ich vergessen. Sogar richtig kalt. Sag mal, gibt es nicht noch was anderes? Na, dann musst du dich mal umgucken. Wie wär's damit? Das ist doch was Ordentliches, oder? Reis ohne alles. Ist das nicht ein bisschen fade? Sag mal, Papa, interessierst du dich eigentlich wirklich dafür, was ich in meinem Leben so vorhabe? Wollen wir nicht erst mal was essen? Ich sag mal, was von Pilzrisotto gehört? Klar, Reis mit Pilzen. Genau. Wo willst du denn hin, Junge? Komm einfach mit. Tut mir leid, ich musste noch einen Vertrag überarbeiten. Klar, wie jedes Wochenende. Das ist für dich, meine Süße. Wo ist denn deine Mutter? In der frischen Luft. Ja. Wenigstens fängst du den Ärzten ein bisschen bei ihrer Arbeit über die Schulter sind. Ich meinst, Papa, ich hab doch schon lange nicht mehr vor, Medizin zu studieren. Und, wie geht's dir so? Ja, nicht so besonders. Ich hab Angst vor einer weiteren Operation. Daraus meldet sich Frederik nicht. Und Mama weigert sich, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Sie sagt sogar, er taugt nichts. Auch wenn's dir vielleicht nicht gefällt. Wo deine Mutter recht hat, hat sie recht. Wird auch was. Schere? Wie geht es, Sophie? Die Operation ist ohne Komplikationen verlaufen. Wir konnten den Eileiter erhalten. Tja, dann... Kann ich zu ihr? Sie schläft jetzt. Kommen Sie morgen früh wieder. Ich hab meinen Mann die Wahrheit gesagt. Eduard, bitte lass uns miteinander reden. Ich habe keinen Bedarf an weiteren Entschuldigungen. Wo willst du hin? Bis auf Wartest, wenn ich bei Karl wohnen. In so einer eigentlicher Wohnung. Wie schön, dann kannst du ja endlich den ganzen Tag mit deinem Partner verbringen. Das ist ja auch viel wichtiger als unsere Ehe. Für die du dich ja ganz besonders ins Zeug gelegt hast. Verdammt, das war nur ein einziges Mal ein blöder Ausrutscharm. Wahrscheinlich warst du liberal. Als Dank dafür lässt sich meine Tochter von einem dahergelaufenen Fotografen schwängern. Und meine Frau? Ich sprende ebenfalls mit ihm ins Bett. Du? Du hast damit gar nichts zu tun? Ich dunkel wollte mich noch bei dir einschuldigen. Du hast doch unsere Beziehung genauso verraten. Mit deiner verfluchten Arbeit, der du alles andere untergeordnet hast. Ich war immer loyal zu dir. Loyalität? Ist es das Einzelne, was du dich noch fehlt? Wenn du es als ein Toastloss mit BMP bist, dann reich doch die Scheidung ein. Ich könnte dir sicher einen guten Anwalt empfehlen. Ich weiß, wie es dir geht. Man denkt, dass man womöglich nie wieder ein Kind haben kann. Wieso hast du mir nie von deiner Fehlgeburt erzählt? Ich habe es wohl aus meinem Gedächtnis verbannen wollen. Du bist das Glück meines Lebens. Hans, ich hoffe von Herzen, dass du mir eines Tages verzeihen kannst. Was? Die Frau, mit der Frederik etwas hatte. Die Frau war ich. Es hatte keine Bedeutung, glaub mir. Ah ja. Jetzt begreife ich es. Ich bewundere ihren Stil, dieses schmeichelnde Licht. Das ging schon bei der Ausstellung so. Du hast dich ihm ganz besonders um ihn bemüht. Hat ja nicht jede Mutter beim Freund ihrer Tochter? Ich weiß, ich habe Mist gebaut, ja. Und du darfst mir das auch übernehmen. Aber so blöd das auch klingen mag, verschleudere dein Herz nicht an diesen Typen. Das sagst du, ja? Ja. Frauen sind für ihn nur Trophäen. Lass mich allein. Sophie, geh! Wollen wir nicht doch noch ein bisschen bleiben? Hast du nicht auch Lust auf ein anständiges Frühstück? Ja, schon. Aber wir könnten doch noch mal... Heute ist mir Brotrinde lieber als Baumrinde. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber du wirst von dem, was Mutter Natur dir bietet, auf Dauer nicht leben können. Ist dir doch klar, oder? Zählen für dich nur noch Geld und Karriere? Jakob, das Leben ist leider kein Wunschkonzert. Kapier das doch endlich. Ich habe ja schon genug kapiert. Ich dachte nur, nach meiner Herzopie verändert sich einiges. Was soll sich denn ändern? Du bemüß dich überhaupt gar nicht zu verstehen, was ich wirklich will. Es interessiert dich nicht. Denkst du das wirklich? Warum willst du denn dir nicht helfen lassen? Warum? Ich meine es nur gut mit dir. Du willst mir helfen? Du hast gar nichts begriffen. Absolut nichts. Jakob! Jakob, komm, steig ein. Ich habe mit den Ärzten gesprochen. Du darfst schon eine kleine... Sophie! Sophie! Oh nein! Ich werde dir los, Herr Koffer. Und sagst du, Herr Kreuzhorn, das ist logisch Bescheid. In Ordnung, komm, nicht schlapp machen. Neuer Tupfer? Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Das Hämatom war winzig. Erst durch den Stoß kam es zur Ruptur. Der Riss ist zum Glück nicht so groß. Ich versuche, ihn zu kleben. Hier, da saugen. Sie wird instabil. Druck 80-60. Klemme. Wird die Blutung gestillt? Noch eine? Das haben wir gleich. Negatur. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Die Schwester sprach von Komplikationen. Heute Morgen ging es ihr noch gut. Zumindest körperlich. Hast du sie etwa gesagt? Verdammt. Hättest du deinem Leben noch warten können? Sophie wird mich so oder so dafür ihr Leben lang hassen. Genauso wie du. Wenn wir dich hassen könnten, wäre es für uns sehr viel leichter zu ertragen. Ich habe mich in letzter Zeit sicher nicht mit Truhen bekleckert. Als Vater nicht und ganz offensichtlich auch nicht als Ehemann. Es ist doch so. Was weiß ich denn schon von dir und Sophie? Von eurem Leben, meinen Wünschen? Was Sophie nach der Schule machen möchte, das habe ich erst jetzt erfahren. Sie beschäftigt sich schon länger mit Fotografie. Mit großer Leidenschaft. Schon bevor sie diesen... Frederik? Dabei hast du den Stein ins Rollen gebracht. Ich? Du hast dir doch diesen teuren Fotoapparat vor dem Austauschjahr geschenkt. Sie hat mir mehrmals die Bilder gezeigt. Ich habe das nie besonders ernst genommen. Hallo, meine Liebe. Du hast uns einen ganz schönen Schrecken angejagt. Bist du allein? Deine Mutter war auch hier. Sie wollte dich nicht unnötig aufregen. Ich habe dir etwas Obst mitgebracht, damit du wieder schnell zu Kräften kommst. Darf ich meinen Weg drauf öffnen? Klar. Das sieht interessant aus. Wo ist denn das? Das ist eine stillgelegte Fabrik, nicht weit vom Bahnhof. Schön. Frederik. Eigentlich sieht er ganz sympathisch aus. Bin ja schließlich auch auf ihn reingefallen. Sophie. Meine Intoleranz gegenüber deinen früheren Freunden und jetzt Frederik. Ich muss mich... Das war schon richtig. Ich hätte vielleicht mal besser auf dich hören sollen. Ich möchte mich dafür bei dir entschuldigen. Eine Fahrt mit so einem schicken italienischen Flitzer und ich hätte ihm vielleicht sogar das Du angeboten. Bist du denn gar nicht mehr wütend auf ihn? Ich bin stinksauer. Aber was bringt das denn? Weißt du, Papa, eigentlich ängelt ihr beide euch sehr. Ich verstehe nicht. Na, du und Mama. Ihr habt immer nur eure eigene Seite gesehen. Und dabei vielleicht zu wenig an euch beide gedacht. Hast du aber leider recht. Leider? Kannst du Mama bitten, mich zu besuchen? Das mache ich nur, Menge. Sehr gerne. Danke. Cappuccino kommt gleich. Was meinst du? Kommt Familie Kram am Ende aus der Sache heil raus? Fängt jetzt alles von Herrn Kram ab? Oje, noch ein leicht geprüfter Vater. Wieso bist denn du heute schon wieder zurück? Hallo. Wie warst du mal? Ich hab mal nichts gegessen. Es war aber ein kurzer Ausflug mit Jakob. Also trinken gab es offenbar auch nichts. Wir haben uns sehr gut verstanden. Anfangs gab es ein bisschen Zoffen. Ihr glaubt gar nicht, wie gut Jakob sich im Wald ausgehängt. Dein Sohn macht eben keine alten Sachen. Der Junge ist leidenschaftlicher Filzsammler. Dann ist vielleicht das Praktikum in so einem Forstbetrieb gar nichts.